Hallo, Sergeant. Sie müssen sofort zum Willeck Parklift kommen. Aber beeilen Sie sich, sonst schlagen Sie ihn tot. Verflucht, ich hab die Mühle nicht mehr unter Kontrolle. Stanley! Der Kerl vom FBI hängt an der Kufe. Da los, schieß ihn ab! Das geht nicht, Davis. Da hinten liegen die Tanks. Aber ich mach das schon. Den Borschen werden wir los. Verflucht! Ich hab ne Zinsstörung. Die Drehzahl fällt ab. Das machen wir jetzt? Tja, müssen irgendwo runter. Ja, ich hab Gott.